Ja, hallo! Ich wollte doch mal gerne etwas zu meinen Playlists sagen, zum besseren Verständnis. Und zwar, wenn ihr da hingeht, ist es erstmal wichtig, rechts oben auf das Feld hier zu drücken, zuletzt hinzugefügt am und dann auf das letzte in der Liste, erstellt am neueste, älteste. Weil dann ist die Playlist erst richtig geordnet und das ist schon wichtig. So, und dann gucken wir uns mal eine Playlist an, die zweite, das ist der zweite Film, über die Playlist, das heißt hier Sehen statt Hören 100 Gedichte. Das ist was Besonderes, weil das sind jeweils 10 Filme und in den 10 Filmen sind immer 10 Gedichte zusammengefasst, mit Bild und Text und da hat man etwas Kompaktes und ich denke, das ist ganz interessant. Viel Spaß dabei! Tschö!